Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, S19 auf der Karte der kleinen Schnur für deine Fabian So, jetzt beilen Feldwahl zu verhältnipp bekommen heute Dann haben wir gleich Mist schreien dann So, oh Gott Jetzt hier äh Ja, das auch und, äh, ja, nicht auch, äh, wie heißt denn das jetzt? Ich hänge da mal aus. Ach, das hätte ich auch mal sein. Ja, das wird Verluste. Ja, komm, egal. Ähm. Unkrautverlust. Nein, in Spruch. So, na dann, keine Ahnung. Gut. Nein. Was ist denn das hier für ein Kackweg, Alter? Lass den MB-Trag und bleib da stehen. Ich hole gleich den, äh, Kipper. Jetzt hab ich den ganzen Tag Zeit, hopper. Warum brauchst du jetzt noch nicht? Doch. Wollte ich einfach mal was anderes machen? Wollte ich einfach mal den Hänger fahren, weil ich noch nicht so viel gefahren bin? Ja, du brauchst so zehn Jahre, bis der Hänger kommt, also geht gar nicht. Ich hätt noch drei Bahnen. Komm, Auto, jetzt fahr! Hopp, hab ich den ganzen Tag Zeit. Komm, LKW. Ich will mit Arbeitslichtern fahren, auf der Straße. Oh. Was ist denn da? Die standen, die hatten wir noch nicht da. Komm, Fried, geh schneller, sonst liegst du bald im Grab. Fried. Keine Ahnung, ist mir das halt gefallen. Die Jugend von heute. Ja, das hättest du mir, Alter. Boah, jetzt ist mal die kleine Wiese. Was hast du so aufgefallen, nirgst? Mhm. Ich hab eigentlich noch nie eingefahren, das hast du immer du gemacht. Äh, das hast du auch schon gemacht. Ich? Ja. Ich hab den Ladewagen noch nie... Ja, gut, einmal, weil ich auf Abbrechen gedrückt hab, ohne zu speichern. Hey, klar hast du den Ladewagen schon gefunden. Ich? Ja. Den alten, kleinen, ja, aber nicht den neuen. Achso, ja, das kommt an. Na, was soll jetzt sein? Äh. Alter, was ist das hier für ein Feldrand? Er springt ja. Ah, was war das? Er ist hier nähen, dann werde ich schwadern. Na, und schwadern Gülle fahren. Hm? Nee, Quatsch, Gülle kommt auf die Felder. Haben wir ja geklärt gehabt. So. Ja, hoppa, du willst doch fertig werden. Ja, ja. Hopp, dran da. Hoppa. Das hat sich in den Überstunden geschoben. Weißt du, ich will. In der nächsten Folge wieder, aber sie auf jeden Fall ist schon. Ich will einfach gleich in den Gruppen, dann geht's ganz schnell. Oh, faul sein. Aber vorher misst du schon. Na gut, so weit kommst du wahrscheinlich wohl nicht. Je nachdem, wie der Verbrauch ist. Ich hatte einen Gülle, was ich weiß noch nicht mehr, was das für eins war. Das hat so einen niedrigen Verbrauch gehabt, da konntest du mit einer Tonne, äh, also 1000 Liter, hättest du alle drei Felder zusammen machen können. Ja, das kann. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das sogar nicht das Standard-Fass ist, aus dem Helders. Hm. Aber naja. Theoretisch kann man sogar in unser Fasten grober dran machen. Tch. Also, ein Gülle-Grober. Hm. So. Hm. Wäre sogar fast effektiver. Weil damit kannst du eigentlich fast nichts verteilen, äh, verstreuen. Also daneben streuen. Aber du hast halt nur sechs Meter Arbeitsbreite. Hm. Äh. So. So. Lalalala. Ja, gut. Jetzt muss ich das mal ansetzen. Was machst du denn die ganze Zeit, Alter? Keine Ahnung, mein Heldser ist frutsch. Huch. Zu doof, um Held... Ah, Heldveranschalt immer wieder. Heldveranschalt immer wieder zum Einkloppen. Zu doof, um Heldser zum, äh, zum Tragen. Das. So, jetzt ein Fendgalopp. Geh weg. Friedhelm. Ja, ja. Oh, boah, boah, boah. Latsa. Willst du die Gigabyte ansehen gucken, gefallen mir die gar nicht, ne? Oh, ich hab jetzt schon 6,1. Hm, das seh ich nicht. Das sind über wie viel Bugschild die ganze war als über 5. Huch. Huch. Hast du ungefähr den gleichen Ertrag oder weniger? So, gleich. Und dann geht's... ich... ... ... ... ... ... So. Oh Gott. Fendt dringend mal waschen. Mal danach den kompletten Gras ein. Vorher lohnt es sich. Ja, es ist bestimmt auch sehr sinnvoll jetzt den Sau zu machen und 2 Meter fähr so wieder dringend ist. Also ich glaube das bei dem Felsch habe ich doch nicht. Nicht? Nein, nein, nein. Außer wenn es eine Stunde-Folge sein würde, dann ja. Ja, das Feld ist größer. Ich könnte fast recht haben, ich könnte fast wetten, dass ich jetzt die Eierpalette mitnehmen. Und Kerst beim Ladewagen dann? Hab ich dann mitgenommen. Spätestens dann. Ja, beim Ladewagen haben wir sie mit. Spätestens dann. Außer ich nehme sie jetzt noch mit. Nee, nicht. Und? Uh. Okay. Zauber haarscharf. Dann mit dem Ladewagen. Ja. Nee, wie willst du sie da mitnehmen? Ja, keine Ahnung. Okay, wir schaffen alles. Ja. Du hast dich vom Ladewagen fahren, ne? Ja. Du hast dich vom Ladewagen fahren, ne? Ja, die erste und die letzte. Oh man. Du brauchst noch so einen kleinen Schwader für diese ganz kleinen Ecken. Ladewagen. Willst du den von Trients nehmen? Der funktioniert doch so top. Naja, lass mal. Deshalb heißt der auch, Trettinger top. Naja, das Thee müssen wir ändern in den Flop, alter. Na gut, da muss ich dich unterstützen. Aber nee, komm, ich lass dich auch mit Sachen in Dateien umschreiben. Das funktioniert ja sehr gut. Ja. Habe. Habe. Habe ich ja schon im 17er schon getestet. Wie machen wir das denn als Mod? Ja. Dann muss man die Chance jetzt einreichen. Pendinger flop. Ich weiß noch, was sie dann schreiben. Das ist eine Partnerfirma, davon nimm dir keine veränderten Mods an. Ey, wir machen gerade später hier. Oh, das hackt. Mal einmal nett und vorteilhaft sein, dass der einen zu behindert. Ey, ich will. Komm, klapp ein, Iole. Warte, warte. Ja, passt jetzt hier durch. Ja, passt. Und nur fürs Gewicht habe ich jetzt zuerst die große Wiese geschwadert, weil ich mir noch das Gewicht holen wollte unbedingt. Okay, das war aber jetzt auch einfach auf die kleine Wiese draufzufahren. Und wie viel Kilometer muss er noch machen? Ich bin nicht mal auf der Hälfte von Welt. Ey, doch. Echt? Ja, das fällt wieder abwärts, immer kürzer. VDR sieht das halt so aus, als ob du noch nicht verfehlt hast. Das ist Sinn. Ich bin nicht übersetzt. Ich bin nicht übersetzt. Oh, mir jetzt hat das so ein... Oh Mist, ich finde diesen Hof immer noch so geil. Einerseits möchte ich irgendwann Mapwechsel machen, andererseits denke ich mir auch die ganze Zeit. Möchtest du wirklich von dieser Map-Eck? Aber irgendwann werden wir auf jeden Fall Map-Ecks machen, so viel. Na klar. Das Ziel war ja, alle Felder zu haben. Das ist gar nicht so viel, eigentlich. Also alle Flächen. Und dann wechselst du auf eine Vierfach-Karte oder was? Ja. Und dann hast du von dem Geld, was du hier von Kriegs hast, dann zwei Felder. Ja, dazu wirst du NLS-19 ausgesockt dann. Ja. Und Drescherfolien. Das sind noch drei Bahnen oder sowas. Und dann. Passt doch. Könntest du, wenn du dich jetzt beeilst in der Folge noch schlafen? Ach, mach schon ein bisschen länger. Ist ja der Vorteil, weil ich einmal gedreht habe, weil ich bestimmt, wie lange die Folge geht. Da hast du recht. Oh Gott. Ich bin ja gar nicht beim Kurve vorbeigefahren. Komm, du alter Sack. Ach, schöner Bordschwein, Schwader. Elfriede. Ich habe immer gesagt, pass auf, dass du hier in deinen Schwader kommst. Und jetzt passt du in deinen Schwader gekommen. Fabio, weißt du, was auch viele Leute sagen? Pass auf, dass du in den Lüfter reinkommst. Hallo, du hast vergesst mit den Haaren, ja? Ja. Ja. Ja, ok, nee, war der Finger, aber... So. Ich habe mittlerweile eckig hier am großen Feld sogar fast irgendwo mal an mit dem Schwader. Ich habe zwar erst einmal geschadert mit dem fetten Schwader, aber naja. Ich lasse den Kurven dafür zwar minimal was liegen, aber... Pff. Die paar Liter. Pff, ich halte aber nächstes Mal auf, hm? Ja, genau. Ok, sagen wir immer und lass uns trotzdem liegen, aber... Wir müssen eigentlich wirklich mal den kleinen Schwader kaufen. Ok, er funktioniert vielleicht nicht perfekt, aber er kann sich das im T-Lader mit der Schaufel in die Ecke fahren. Mhm. Ach, du bist schon auf der Wiese. Hm? Du bist schon auf der W5-Wiese. Ja. 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 Bei uns hast du fertig, oder? Ja. Bei uns ist alles fertig, ja. Und wie ist der 4, die Kleine da? Ne, die ist noch nicht fertig. Na schon? Ich bin gerade aus dem Mikro gefahren. Boah, was machst du denn noch die ganze Zeit, Alter? Äh, gerade habe ich eigentlich nur meinen Arm bewegt, aber ja. Ja, wir sind gegen den Mikro gekommen, gell? Nein. Nein. Hat man gehört. Auf der anderen Seite vom Herzen hat er dich da ran geklaut. Alter, wir müssen gerade abwahlklaut. sowas. Ja, ich mache jetzt mal einen Arm, den was ist. Instand von diesem, was ja nicht nur das ist, aber es ist komplett abwahlklaut. So. Dann wird das so auf dem Schraubchen, dann wird das so richtig abwahlklaut. Das ist sehr gut. τεig. Das war extra. Komm Drescher, fahr mal ein bisschen schneller, wie es da mit. Also will die Folge beenden. Nee, ich will Fälle werden und Dreschen. Eine kleine Bahn, wo ist das noch? Eine kleine, also eine Bahn, aber die ist nicht vollbeutelnd. Das ist doch alles ganz entspannt. Ich mähe diese Wiese immer anders. 13.000. Da bin ich immer außen rumgefahren, die ganze Zeit. Und jetzt bin ich immer rauf runtergefahren. Also 13.000 ist dann von der Wiese, äh, wie ist das ja schon, von dem Feld runtergekommen. Ja, 13.000 ist das. Glaub ich, bin ich so. Ja, dann sind, das erste Feld waren 12, 8,5 und 13. Ah, gut. Das ist kein voller Kipp, ach. Ja, kommt trotzdem 50.000 runter. Also, in Geld umgewandelt. Mhm. Wahrscheinlich ist es nur ein bisschen mehr, aber. So. Ich verfasse, wir wetten, dass ich nächste Folge noch nicht anfangen mit Mist fahren. Vielleicht aufladen, fertig. Äh, du fängst auch ohne mich an wahrscheinlich. Hm? Du fängst auch ohne mich an. Wie ohne dich. Ach so, ja. Ich denke, nächste Folge werde ich ohne dich anfangen. Ach so. Verstanden, du fängst ohne mich an. Oh Gott, Alter, du bist auch taub. Ja. Also, ich sag, das war's für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Das ist kein Löffchen da. Diesmal wieder eine Längere Folge. Ja, bis jetzt noch nix. Auch noch einen schönen Tag, glaube ich. Schau auf der Folge auf euch vorbei. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.